Vor deiner grandiosen Musikkarriere warst du ja als Entertainer auf Mallorca unterwegs. Warum hast du denn damit aufgehört? Um Musik zu machen. Also ich wusste immer, dass ich nach Deutschland ziehen will, hab da 20 Jahre in Spanien gelebt und die letzten zwei Jahre als Animateur in einem Club und es war eine sehr gute Schule. Also für die Tage, wo das Publikum dann irgendwann mal nicht so leicht war, war das sehr, sehr gut. Welches ist dein Lieblingsrestaurant in Berlin? Oh, in den letzten Tagen habe ich echt viele Restaurants wieder probiert. Ich könnte nicht sagen, welches mein Lieblings ist. Ich weiß, dass Benedikt ist genau um die Ecke auch von hier und auch von meiner Wohnung und das sind 24 Stunden Frühstücksrestaurant. Ich liebe Frühstück und auch so nach einer Partynacht oder so kann man dann auch halt hin. Das ist auch geil, dann isst man nicht immer so Meckes oder so. Das finde ich super geil. Transit mag ich sehr gerne. Prinz ist auch super lecker. Es sind schon einige, ja. Hast du einen Spitznamen oder wie nennen dich deine Freunde? Meine Freunde nennen mich entweder Santi oder Santos. Also Nico habe ich eigentlich nie. Oder mein bester Kumpel Brudi. Aber sonst, also Nico habe ich echt noch nie gehört. Wofür gibst du denn so Geld aus? Sag uns mal das Teuerste, was du dir je geleistet hast. Das Teuerste, was ich mir je geleistet habe, ist ein Klavier. Also eigentlich, wenn ich mir was geleistet, sind meistens nur so Musiksachen oder so. Ich brauche jetzt keine Uhren oder ich habe auch keinen Führerschein, deswegen habe ich auch keine Autos. Ja, eigentlich ist es wirklich nur Musiksachen. Du warst als Co-Autor an Titeln auf Bushidos und Shindys Album Classic, bei Mark Forsters Single Wir sind groß und auch bei Helene Fischers Single Achterbahn mit dabei. Wie schafft man es denn so, unterschiedliche Genres zu bedienen? Ich glaube, man muss erstens darauf ganz, ganz viel Bock haben. Also auch einfach offen zu sein für andere Musik. Damals mit Schlager war es auch nicht so das Erste, was ich jetzt machen wollte, aber irgendwann hat man ganz, ganz viele verschiedene Genres schon gemacht und dann freut man sich, wenn man mal in eine andere Welt eintauchen kann und man sich fragt, wie würde das klingen, wenn man das selbst machen würde. Woher nimmst du denn die Inspiration für deine kreativen Projekte? Eigentlich aus dem wahren Leben. Also immer aus so Momenten oder aus Sachen, die einem gerade passiert sind. Auch ganz, ganz oft aus Storys von anderen Kumpels. Ich bin ein relativ guter Zuhörer und ich glaube, da merkt man auch so Perspektiven von anderen Menschen. Wie würden die das sehen? Man schreibt ja auch Songs, dass sich andere Menschen damit identifizieren können und nicht jeder ist ja so wie ich oder ich bin auch nicht so wie jeder und dann kann man das so eigentlich, glaube ich, am besten schreiben. Wer kümmert sich um deinen Social Media Auftritt? Leider ich. Deswegen kommt nicht so viel. Welcher war der tollste Urlaub, den du je gemacht hast? Der tollste Urlaub, den ich je gemacht habe, hatte ich mit meinen Kumpels letztes Jahr auf Fuerteventura. Welches ist denn dein Lieblingsbuch und warum? So geil, dass die ganzen Fragen kommen. Ich hoffe, dass gucken keine... Ich habe noch nie ein Buch gelesen. Ich habe Harry Potter mal angefangen und kurz gegen Ende habe ich es dann aufgehört. Dann werden sich jetzt Leute fragen, Hä, wie hast du das in der Schule dann gemacht? Auf Mallorca gab es so eine Webseite, die heißt Errincon del Vau, das heißt die Ecke des Faulen. Da gibt es eigentlich alle Zusammenfassungen für Bücher, die man so haben muss. Und ja, ich habe außer so Bilderbuchbücher habe ich noch... Ähm, hier. Ähm, der Regenbogenfisch. Den habe ich gelesen. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre es denn? Äh, Unpünktlichkeit. Ähm, ich hätte gerne Führerschein früher gemacht. Ähm, ich würde gerne lieber mehr Gemüse essen. Ich mag kein Gemüse. Ja, und ich hätte vielleicht früher mal anfangen sollen, Bücher zu lesen. Erzähl uns doch mal bitte den schlechtesten Witz, den du kennst. Geil. Ähm, den schlechtesten Witz, den ich kenne, habe ich, ähm, vor zwei Tagen gehört. Und der, äh, geht so. Äh, was ist veganes Reiten? Fahrradfahren. Schlecht, ne? Okay, normal... Okay, ich... Und noch einen. Äh, den habe ich auch vor zwei Tagen. Der hat mir Lukas, ähm, mein Talent von The Voice, äh, auf Germany hat er mir erzählt. Geht ein Typ mit zwei linken Füßen in einen Schuhladen rein und sagt, ähm, ich hätte gern ein paar Flip-Flips. Entweder oder... Löskaffee oder Kaffeevollautomat? Kaffeevollautomat. Deutsch oder Spanisch? Ähm, oh, kommt drauf an, äh, was? Reden. Reden? Jetzt grad eher Deutsch. Und singen? Eher Spanisch. Nena oder Lena? Nena oder Lena, dann Lena. Alleine oder im Team arbeiten? Äh, im Team. Im Team macht alles immer mehr Spaß. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Tattoo oder Piercing? Äh, habe ich beides nicht. Äh, eher... Ja, Tattoos bei anderen. H&M oder C&A? Äh, ich glaube, ich habe früher immer viel mehr H&M. Ja. Gekauft. Cola oder Pepsi? Das, äh, variiert immer. Immer, was man so zu viel jetzt grad getrunken hat. Ähm, jetzt gerade eher Pepsi. Billy Joel oder Phil Collins? Phil Collins. Superschnell oder superstark? Hm. Kommt drauf an für was? Ich glaube lieber superstark. Songs schreiben oder Songs performen? Erst mal Songs schreiben und dann Songs performen. Pizza oder Pasta? Jetzt gerade Pizza. Träumer oder Realist? Träumer. Rücken- oder Seitenschläfer? Äh, immer Seiten. Und zum krönenden Abschluss, Rooftop oder Kellerparty? Äh, oh, gute Frage. Boah, ich habe früher sehr viele Kellerpartys gehabt. Kellerparty. Hahaha. Mehr Insights in der Onlinewelt von 105.5 Sprayradio.